Haben Sie sich schon mal im Alter gefragt, wie Sie Ihre schönen weißen Zähne aus der Jugend zurück erhalten können? Ich bin Dr. Dr. Rosanna Himmelfarb, Spezialistin für Zahnästhetik in der Zahnklinik Luzern und erkläre Ihnen dies gerne. Stark abgenutzte Zähne können die Zahnform, Größe und Farbe über die Zeit negativ verändern. Folglich wird das Erscheinungsbild Ihres Lächelns ebenfalls negativ beeinflusst. Mittels Veneers, hochdünnen, individuell gefertigten Keramikverblendschalen kann die Uhr der Zeit zurückgedreht werden. So kann Ihre ursprüngliche Zahnform, Größe sowie Farbe sogar noch schöner als zuvor unauffällig natürlich wiederhergestellt werden. In der Zahnklinik Luzern helfen wir Ihnen, die Uhr der Zeit zurückzudrehen. Wir beraten Sie sehr gerne.